Ich stehe vor! Alter! Ein Agent in ihrem Team ist verletzt und braucht Hilfe. Da kommt halt so viel an. Naja. Alles nur andere Agenten. Aber ich bin verletzt. Ich hab natürlich von denen jetzt keine Ratze. Naja, ich hab direkt aufgegeben. Das Retzen bringt dir nichts. Direkt Werttaste drücken, neue Spawn sind 68 Meter. Müssen wir Salud wiederholen. Wenn wir das nicht machen. Können wir uns auch direkt aufmunitionieren. Okay. Wie machst du den Streit angefangen? Möchte ich mal nur betont haben. Nein, ich habe eigentlich nur das Ding geholt. Das Ding geholt? Ich hatte das Bergungsding aktiviert. Mehr nicht. Wieder keine Reihe. Wir riechen, dass da jetzt so ein Chaos draus entsteht. Links gehen wir. Auf die싶enden哪裡 regain. emotion auditionungen montieren. Ver Nah erklär, nicht weg. Auf jeden Fall deutlich hinzulieve. Schiff aus. Schiff aus. Christoph, tierisch, hast du deinen Loot schon? Ne. Dann solltest du dir zuerst tun, bevor du irgendwas anderes machst. Du bist nirgends. Der wird nicht bestanden. Der wird nicht bestanden. Ja! Ja, da fliegt keiner. Nein, gut, ich weiß es nicht. Diese Räumine ist ja auch schon fast auf dem Weg. Das war praktisch. Ja, finde ich. Das ist einfach tot. Helikopter im Anflug! Ich will ein vernünftiges Halber. Ich will alles haben. Ich will deine Mutter. Wie viel Platz habe ich jetzt? Super, ich könnte noch was mitnehmen. Der Stahl hat einen Panzer brauch ich nicht. Schnell, schnell, schnell. Was haben wir hier? Ja, du hast noch eine Minute Zeit. Feldrucksack, Level 20. Leistungsmut. Wie hat Kraft für den Mann? Eine Maschine ist im Anflug auf ihrer Position. Agent, ich lehre mich ihrer Position. Ja, schrei nicht so rum. Ah, King ist online. Das ist sicher zuerst. Er war kurz einmal im Stream, aber hat nichts gesagt. Nein, es ist in-game. Von. Das hat ich ja vorgesehen. Wir gehen. Beginnen Ladungsaufnahme. Oh, mein Gott. so wunderbar sehr schön Besteht nicht! Paket gesichert! Was sieht denn eigentlich mit dem Leben aus? 20.15 15 Sekunden Keine Suche Pfleger Ja Warum mich? Warum mich? Ich hab doch gar nichts Ich würd sagen, weil du nichts aushältst Abrollung erfolgreich beendet Ich lieg schon mit irgendwas Snipert hier oben Ich bin nur hinter dir Keine Keine Epa 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 Da bläser kleuchtet Ja Moment Ja Ich mach mir was zu trinken Vielleicht sollten wir auch mal Wir haben jetzt eine Stunde 20 Ehhhh Danke Mal in dieses Hauptsafehaus wieder zurück Vielleicht mal so ein kleines Zigaretchen Hatte ich eigentlich auch vorher Wäre nicht schlecht Wir gehen jetzt Zu dem Safehaus was ganz in der mir liegt Wir haben gar nicht aufgenommen für Youtube Scheiße Ja Ja Dann werden wir die Folge komplett hochladen Gesplitted Mal gucken 720p Weil ich hab auch 30 von 30 Items Also ich kann eh nichts mehr aufnehmen Achtung Gefahrenstufe normal Blödmann Hier drüben Tja es ist schön Ich könnte die ganzen Sachen kaufen Ja Aber da ich noch nicht fand Das ist nicht zugelassen Aber rettet ihnen den Arsch Ja Nur in der M870 Als Schrot Das macht zwar übel Schaden Aber Nicht gerade der Burner Dann nehmen wir Maske Und wenn sie halt tun Ist schon gut Ich hab genug Kunden Also ich begebe mich jetzt per Schnellreise ins Hauptquartier Ja Dann können wir mir wegen ne Raucherpause einlegen Oder auch Pinkelpause Weil dann erstmal den Lied rausholen Und dann erstmal ausrüsten neu ne Damit wir dann die Hauptmission weitermachen Ja gut Ähm Rationsbasis Splitzeit Gut Ja Machen wir Päuschen Bis gleich Machen wir Päuschen Bis später Bäh Bis später Es geht Bis später Bäh Gäste Bäh Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020